So, der letzte und damit vierte Prüfungsversuch scheint immer wieder Studierende zu beschäftigen. Ich habe auf eines meiner YouTube-Videos einen Kommentar, eine Frage bekommen, die möchte ich Ihnen mal vorlesen, weil die ist sehr interessant und herausfordernd, diese Frage. Ein Kommiliton ist bei seinem letzten Versuch bei Betriebssystemen wohl eines der härtesten Fächer. Er hat diesen besagten letzten Versuch jetzt bis hinter die Thesis geschoben, die er in Kürze abgibt. Was halten Sie von der Idee, erst einmal alles andere im Studium abzuschließen? Schwere und sehr herausfordernde Frage. Sie können sich vorstellen, es gibt kein digitales so oder so, das ist richtig, jenes ist falsch. Ich versuche Ihnen im Folgenden mal zu erklären, was die Dynamik dahinter ist und was das Ganze bedeutet und das hilft Ihnen vielleicht für sich selbst eine Entscheidung treffen zu können. Der letzte Prüfungsversuch und welche Dynamik liegt dahinter? Ich habe Ihnen das versucht, mal anhand dieser Zeichnung, einfachen Zeichnung zu erklären. Nehmen Sie hier die Bausteine Wissen, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Zusammenführen, Beurteilen. Die sind der Blum'schen Taxonomie entnommen. Das ist so eine Abfolge, mit der man bemessen möchte, ausdrücken möchte. Was ich hier versuche mal so auszudrücken, sind Sie mit diesem Teil, wenn Sie das können, studierfähig und hier für den oberen Teil sind Sie fach- und berufsqualifiziert. Und ein Studium hat die Aufgabe und den Wunsch, es möchte Sie von hier unten, von der Studierfähigkeit hin überführen in Fachs- und Berufsqualifizierung. Dann habe ich Ihnen hier noch aufgezeichnet, dass es die Prüfungsform gibt, objektiv, digital, schriftlich. Objektiv heißt typischerweise eine Klausur, die schriftlich gemacht wird, digital. Die Bestehensgrenze ist klar, ja oder nein. Und auch die Punkte sind relativ zuverlässig, auch von verschiedenen Prüfern gleich ermittelt. Das andere Extrem ist die mündliche Prüfung, die subjektive Bewertungsanteile hat, also prüferabhängig sind und in dem Sinne analog, wo man sagt, ja, ist gut gelaufen, aber ist das eine 1.0, eine 1.5, eine 1.3? Schwierig zu sagen. Und wenn Sie mal sehen über das Studium, es ist so, in diesem Bereich Studierfähigkeit, anfangs haben Sie mehr schriftliche Prüfungen und das wandelt sich durch andere Prüfungsformate wie Projektarbeiten, Abgaben, mündliche Prüfungen, um überzuführen in diesen Bereich der Fach- und Berufsqualifizierung. Durchschnittliches Studium läuft also von hier links unten nach rechts oben. Jetzt kommen wir, wenn Sie das verstanden haben, was ich da ausdrücken möchte, Jetzt kommen wir zu dem Thema vierter und damit letzter Prüfungsversuch. Wo ereignet der sich und was macht er dann mit den Personen, den Beteiligten, den Prüflingen, genauso wie mit den Prüfern? Gerade noch eine Ergänzung. Die Kurve verändert sich, das will ich hier mal ausdrucken, wenn Sie relativ gute Noten über das Studium machen. Das ist wieder gemeint. Sie machen hier den Übergang. Es soll nur so ein bisschen ausdrücken, dass sich da was verändert. Schlechtere Noten, das hier. Schlechtere Noten heißt, Sie haben die ganze Zeit Schwierigkeiten. In diesem Bereich gute Noten heißt, Sie kommen früher dahin, dass Sie verstehen, was ein Fach möchte. Wenn Sie den vierten Prüfungs- und damit letzten Prüfungsversuch haben, dann kann das nicht mehr ganz am Anfang des Studiums sein. Es passiert hier irgendwo später im Studienverlauf. Das siedelt sich hier, wo ich schon viel gekringelt habe, irgendwo in dieser Ecke an. Nehmen wir mal hier so ungefähr die Mitte des Studiums. Und wenn Sie jetzt den letzten Prüfungsversuch haben, ich habe Ihnen in einem anderen Video empfohlen, das vorrangig mündlich zu tun. Was ist die Aufgabe dieses Versuches? Es ist im Wesentlichen Ihre Studierfähigkeit abzutesten. Dann traut man Ihnen zu, das Studium weiter voranzutreiben und es erfolgreich abzuschließen. Auch wenn es eine mündliche Prüfung ist, man wird mehr auf dieses hier abzielen, Wissen, Verstehen, Anwenden. Wenn es hier nicht so gut läuft, der Prüfer muss ja nur mit sich den Frieden machen können, zu sagen, es geht ja im Wesentlichen erstmal um das Thema Bestanden oder nicht, ob Sie weitermachen dürfen oder nicht. Der Prüfer muss mit sich seinen Frieden machen können. Ja, es läuft soweit, können wir zumuten. Und Sie als Prüfling haben auch eine klare Aufgabe vor sich. Sie wollen das Ganze bestehen. Sie müssen hier sehr gut sein. Was sich verändert in der ganzen Dynamik ist, wenn Sie schlechte Noten bisher hatten, dann hat das ja einen Grund, warum Sie jetzt plötzlich in diesem vierten Prüfungsversuch sind. Dann hat das vielleicht etwas mit Prüfungsangst zu tun oder Sie sind im Augenblick für das Studium noch nicht so gereift. Sie wissen noch nicht, wie Sie das Ganze so anstellen sollen. Dann schmerzt das nur begrenzt, wenn irgendjemand da die Bremse einzieht und sagt, komm, das scheint nicht so geglückt zu sein, das Studium, das war nichts, dieser vierte Versuch. Dann müssen Sie damit aufhören, was anderes machen, anderes Studium, Ausbildung. Wenn Sie bis dahin gute Noten hatten, diesen Weg, das macht alles was mit den Beteiligten, sollten Sie dann den letzten Prüfungsversuch nicht bestehen, dann ist das schmerzhafter, es wird härter und es wird auch vielleicht die Auseinandersetzung hier mehr geführt, was da los ist. Das ist auch der Grund, warum Prüfer wissen ja nicht unbedingt, ob sie diesen unter diesem Verlauf bisher gehabt haben. Was das so unglaublich unangenehm für Prüfer macht, sich in diesem Bereich aufzuhalten. Es wird so eine Verhandlungssache, diese mündliche Prüfung, der letzte Prüfungsversuch, ob sie bestanden haben oder nicht, sehr unangenehm, die mir auch immer wieder schwerfällt und ich eigentlich nicht wirklich mag. Es lässt sich aber relativ noch gut damit auflösen, dass man im Wesentlichen Studierfähigkeit überprüft. Wenn Sie den letzten Prüfungsversuch hier nicht machen und in Ihrem Studium sich fortsetzen und den schieben zeitlich bis auf das Ende, Sie haben also sogar schon die Bachelor-Thesis abgegeben, dann passiert was ganz anderes in der Dynamik. Auf einmal haben Sie belegt, weil Sie alles andere geschafft haben, die Fach- und Berufsqualifizierung ist gegeben. Dann kann es eigentlich nicht mehr in der Prüfung um Studierfähigkeit geben. Es geht jetzt eigentlich fast nur noch darum, gut, Sie haben da ein Fach, was Ihnen aus Teufelsgründen so viele Probleme bereitet, dass Sie auf einmal diesen vierten Versuch jetzt noch abarbeiten müssen. Aber merken Sie, was das macht, es wird so ein moralisches Thema für alle Beteiligten. Der Prüfling hat so das Gefühl, ich habe doch alles geschafft, was mich berufsqualifiziert, ich habe gezeigt, dass ich das Ganze kann, das ist alles gar kein Thema mir, bitte, ihr könnt mir doch jetzt nicht mehr verweigern, dass ich an dieser Stelle einen Abschluss kriege. Der Prüfer steckt genauso in diesem Dilemma. Er muss eigentlich, ob jetzt nur subjektiv oder objektiv, er muss zu einer Bewertung kommen, aber Sie hatten starken moralischen Impuls, ich mache einem Menschen die ganze Zukunft kaputt, da er doch schon gezeigt hat, dass das hier und das alles gar nicht mehr für ihn ein Thema ist. Was manche, deswegen wird das Ganze so kritisch hier oben, aus beiderlei Sicht, der Prüfling bereitet sich manchmal, das ist auch so eine Erfahrung, nicht besonders gut vor, weil er meint, er hätte inzwischen ein Anrecht darauf, dass das Ganze hier gut laufen muss. Der Prüfer steckt in diesem moralischen Konflikt, den er manchmal, wenn das Ganze heikel wird, diese Prüfung, den er eigentlich nicht wirklich mitmachen möchte. Da gibt es Prüfer, die ziehen sich wieder zurück auf das Thema Studierfähigkeit, machen also etwas, was hier aus diesem Bereich ist, versuche simulieren in der mündlichen Prüfung im Grunde eine objektiv-digital-schriftliche Geschichte, um auf der sicheren Seite, formal auf der richtigen Seite zu sein. Und wenn Sie dann scheitern, dann war es das. Dann haben Sie ein ganzes Studium umsonst gemacht. Der moralische Appell an den Prüfenden ist extrem hoch, aber er versucht darüber eine Ausweichlösung zu haben. Andere Prüfer versuchen das anders mit sich zu lösen. Die versuchen, dieses Ganze zu sehen und versuchen, mit Ihnen in einen Dialog zu treten und Ihre Ansprüche abzuprüfen, vielleicht auch im Vorfeld mit Ihnen mehr über diese Prüfung zu reden, damit Sie klar haben, worum es da geht. Aber es macht es zu einem sehr, sehr unangenehmen Anteil. Wie muss ich jetzt die Frage beantworten, sollten Sie hier oder dort Ihren letzten Prüfungsversuch machen? Ich glaube, das hat sehr stark, ich weiß nicht, ob ich diese Antwort so geben darf, sozusagen als Vertreter der Prüfenden. Aber ich glaube, das hat etwas sehr stark mit diesem Notenverlauf zu tun. Wenn Sie sowieso nicht besonders brillant im Studium sind, Sie sollten sich sehr früh dem stellen, was da los ist und es sollte eine Entscheidung gefällt werden. Wenn Sie einen anderen Studienverlauf nehmen, dann ist es vielleicht eine tragfähige, vertretbare Strategie, dass Sie das durchziehen bis zum bitteren Ende und dort den letzten Prüfungsversuch, also den die ganze Zeit zeitlich schieben und hier anbringen. Aber seien Sie sich darüber im Klaren, Sie brauchen bestimmte Arten von Prüfer, die damit umgehen können. Sonst können Sie bei hier so etwas landen, was bitter werden kann, wenn Sie da durchfallen. Für den Durchschnittsstudierenden, der sich also hier bewegt, kann ich bei bestem Willen gar keine Empfehlung aussprechen oder gar keinen Gedanken dazu formulieren. Es bleibt ein Risiko, es bleibt ein Gezocke. Und das sollten Sie vielleicht vermeiden. Sie sollten sich auf alle Fälle, darum habe ich versucht, Ihnen dieses Bild aufzuzeichnen, klar machen, es gibt eine Dynamik, der Sie sich nicht komplett entziehen können und die es auch schwierig macht, ein kontrolliertes Setting aufzubauen, wo Sie eine Garantie haben, dass das Ganze gut geht. So viel meine Gedanken dazu. Wenn Sie mögen, auch gerne etwas in den Kommentaren. Ich freue mich. Und ansonsten viel Erfolg weiterhin im Studium.